Ich kann kacke essen, iiiiih. Ich hab kacke gegessen. Mach das doch nicht. So. Oh Gott, geh weg. Hast du in deine Ruhe? Wir hatten ja das Bild umgehauen. Du. Das war ein Anschlag von dir. Wappabam, oh wappabam, oh wappabam, oh wappabam, wappabam. Oh, oh, wappabam. Hat das mir ne Drainage gegeben? Wo bist du? Hä? Jetzt bin ich grad am füttern. Jetzt bin ich doch von meiner Küche gewesen. Ey, friss die Banane, man. Hä, ich bin komplett verwirrt. Hi. Was will ich los? Warte, ich will wissen, ob du sehen kannst, wenn du das isst. Komm her, du kleiner. Ich hab doch schon Orange. Jetzt hab ich sie weggeschmissen. Mann, lass mich doch in Ruhe. Mama, Papa, tut mir weh. Nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Lass mich in Ruhe. Wo bist du? Komm her. Nein, lass mich hier noch anzünden. Wolltest du mich jetzt auch noch? So, so. Oh. Hab ich dich? Lass mich los, lass mich los, lass mich los. Wo bist du? Ja, wenn du das mal wüsstest, wa? Weißt du, die ist doch bestimmt schon wieder hinter mir hier. Wo bist du? Tja. Ich finde es heraus. Das wirst du nie herausfinden. Hehehe. 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 Wo bist du? Hehehe. Wenn du das mal wüsstest, wa? Wenn du das mal wüsstest, wa? Dann wär die Sache fein, wa? Hehehe. 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 Oh, du warst schon wieder im Pool, dein Ernst? Hehehe. Hehehe. Gut abgezockt, ne? Hehehe. Ich schwöre, der Pool ist so geil. Ja, das stimmt. Jetzt bin ich wieder der Vater. Ich hab was herausgefunden. Warte, jetzt hab ich herausgefunden. Ich werd mal was gucken. Was denn? Warte, komm, eins mach mit. Wo bist'n du? He? He? Dein Ernst? Hehehe. Ja, hier, lauf. Geh, fühl dich frei. He? Was denn? Oh, ne Mieze! Ja, mit der kann ich aber irgendwie nichts machen. Mieze! Oh. Huch, Entschuldigung. Hallo? Bist du frei? Hehehe. Jetzt nicht mehr. Ah, jetzt. Jetzt schon. Gut. Das Bild tanzt ab. Hehehe. Was hast du vor? Dein Ernst? Was denn? Hast du gerade einen Mülleimer nach mir geworfen? Ja. Wie kriegt man denn das Gitter weg? Weiß ich nicht. Warte, ich versuche. Super. Ja, dann seh ich auch. Hehehe. Gleich hab ich's geschafft. Ich bin bei 10, 5. Hammer. Hä, wo bist du hin? Ich hab keine Ahnung. Hammer hart. Ich bin durch das Gitter gegangen. Ja, aber wohin? Weiß ich nicht. Ich häng fest. Ich kann nix mehr machen. Warum sind hier Kackhaufen? Eat poo. Oh. Ich kann Kacka essen. Ihhh. Ich hab Kacka gegessen. Mach das doch nicht. Mach doch nicht diesen. Im Wohnzimmer. Ich bin im Wohnzimmer gelandet. Warum seh ich alles nur noch braun? Weil du am sterben bist. Wenn du mich mit Obst fütterst, kannst du mich retten. Ich will dir das rohe Hühnchen geben. Du hast doch vorhin schon. Daran bin ich auch schon fast gestorben. Gut, ne? Vielleicht können wir das rohe Hühnchen ja waschen. Jetzt ist das Hühnchen eine Waschmaschine. Hammer hart. Ich hab grad Farbe getrunken. Dein Ernst? Dein Ernst? Ich kann dich nicht quämmen. Oh, du bist tot. Oh. Hammer hart. Ich wollte wissen, was passiert, wenn ich im Auto sitze. Dann geh du mal ins Auto rein. Dann lass das Spiel mal laden. Hm. Hm. Okay. Was denn? Kommst du? Wohin? Zum Auto. Was ist das Auto? Folge mir. Ich bin im Wohnzimmer. Jetzt bin ich in der Küche. Lalalala. 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 Wo bist du denn jetzt? Wo bist du denn jetzt schon wieder am Pinkeln? Du warst im Klo? Ich war in der Badewanne. Nein, ja. So, jetzt kannst du ja ins Auto reingehen. Ja. Es gibt eine Kindersicherung beim Backofen, ne? Hammerhart. Hä? Ist hier die Garage? Wo ist denn die Garage? Die ist bei den Dings da. Oh, ich hab Pillen. Ja, und wo ist jetzt die Garage? Ich wollte gerade erstmal die Pillen wieder loswerden. Wo ist denn die Garage? Warum sind da Pillen im Schlafzimmer? Warum ist hier ein Laserstrahl? Okay, ich bin jetzt außerhalb der Garage. Wie komme ich da rein? Ich bin verwirrt. Da bist du... Ach, durch die Küche. Stimmt. Schneller wie du. Ich kann gerade nicht rennen. Dafür wird ich drüber gelaufen. Ich hab's gesehen. Ey, dein Ernst? Oh, Digga. Fieses Geräusch. Mach das weg. Was machst du da? Wie macht man das aus? Weiß ich nicht. Ich hab die Tür aufgemacht, also... Ich komme nicht hoch. Haha. Ich weiß nur, dass... Oh, doch. Und jetzt? Steckst du im Auto. Oh, Digga. Wie kann ich das denn wieder loswerden? Ach, mit R kann man Sachen ablegen. Wow. Bewegt sich das Auto? Nein, du bist die Gangschaltung am drücken. Hätte ja sein können, dass es dann fährt. Ich bin gerade am überlegen, wie ich da reinkommen könnte. Tschüss. Dein Ernst. Mann. Unter dem Auto. Ernsthaft? Wo bist denn du? Ach, da. Da, wo du nicht bist. Guck mal, hier kannst du durch. Da kannst du rein. Ich habe gerade erst mal Farbe getrunken. Hier, da kannst du rein. Guck mal. Da. Mir wird schlecht. Oh, danke. Hä? Warte mal, es muss doch eine Möglichkeit geben. Du kannst auch kriechen. Ja, ich weiß. Ich bin gerade noch krank. Ich sterbe gerade. Ah, Steuerung links. Ah, wo bist du? Hallo, nicht sterben. Pick up poop. Ich habe poop. Ich habe gerade poop gegessen. Wo bist du denn hin? Ah, guck mal, ich kann auch ins Auto. Lol. Komisches Spiel. Echt weirdes Spiel. Ich bin gerade im Pool gestorben. Der Klassiker. Man kennt ihn. Oh, ich bin schon wieder der Daddy. Who is your Daddy? Gut, ne? Irgendwas tust du doch da. Machst böse, böse Dinge. Mach. Nein, ich mache gute Dinge. Du versteckst alles vor mir, ne? Ja. Ich merke das schon. Das ist nicht nett. Ich muss mich umbringen. Nicht? Lass mich nicht umbringen. Wo bist denn du? Tja, wenn du das mal wüsstest, ne? Ich habe irgendwas getan. Bist du schon wieder im Pool? Weiß ich nicht. Oh, hi. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich habe dir die Pillen gegeben. Ja, ich habe sowieso noch... Ich habe dir Pillen gegeben. Aber die helfen mir doch. Hä? Warum kann ich dich nicht nehmen? Oh, lass mich los. Lass mich los. Lass mich los. Ich konnte dich mit E nehmen. Hä? Ist das jetzt schon wieder kaputt hier? Mann, ist das weird. Wie kann ich dich jetzt loslassen? Ich bin... Keine Ahnung. Mit E auf Boden und... Maustaste drücken. Ah. Dein Herz. Was denn? Hahaha. Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Ich bin runtergesprungen. Wo bist du jetzt? Ach, da. Hi. Hallo, lass mich mal los. Du bist ganz schön frech. Dein Herz. Ich sehe nichts mehr. Wo bist du? Tja. Keine Kackwurst. Tja, wenn du das mal wüsstest, ne? Dein Herz, komm da raus. Ne, ne. Wo bin ich wohl? Scheiße, ich sollte nicht pupsen. Oh Mist. Da ist es. Tja. Wo bist du? Ja, man wüsst es, wa? Ich gebe dir einen Tipp vielleicht draußen. Nein, draußen. Wo? Ich bin im Pool. Oh, ne. Nicht schon wieder. Oh, doch. Du bist ja gar nicht im Pool. Tja. Wo bin ich denn? Warum liegt im Pool überall Kacke? Weiß ich nicht. Weil ich da drunter war und kacken musste. Hey, ich bin draußen, aber du bist denn... Tja. Wo bin ich wohl? Erstmal den Grill aufgemacht, um zu gucken, ob du da drin bist. Kommst du drauf, dass ich im Grill bin? Nicht? Im Backofen kannst du nicht sein. Nee, eigentlich nicht, nee. Wie kann ich mich bücken? Äh, linke STRG. Mann, ich war fast... Danny hat gewonnen? Ich war fast tot. Ja, die Zeit ist wahrscheinlich abgelaufen, oder so. Ne, ich war unterm Auto. Ach so. Ja. Töfte, ne? Ich find das lustig. Irgendwann jetzt nicht mehr drunter leiden. Oh, nett. Ich kann die Pillen vor dir verstecken. Aber du bist doch das Baby. Ja, aber das sind ja die Pillen, die mir helfen. Mhm. Nirgendwo. Aha. Spielst du da irgendein Instrument? Haha. Ich bin nur in meinem Kinderzimmer. Daddy, Daddy! Geh weg. Ding. Wo hast du eigentlich hier drin? Ich kann dich nicht graben. Das ist nervig. Ich will dich ersäufeln. Was ist da denn hier? Das ist ein schöner, netter Therapie-Raum. Ich seh's schon. Wo bin ich? Komm mal wieder da raus. Kann ich. Egal. Ach so, ja, dann komm mal wieder hier hin. Wo bist du hin? Ich bin draußen. In Ernst? Ja. Oh Mann, du bist gewentet. Ab in den Pool. Ich warst ein bisschen in den Sport. Hammerhart, ey. Jetzt kann ich dich noch aus dem Pool rausfischen. Komm her, du. Du bist tot, bevor ich ankomme, wa? Da ist eine Schlange im Pool. Sorry, du bist tot. Ach ja, ach ja. Ich wofre einfach im Garten. So ein Selbstmordbaby, Alter. Immer hart, ey. Ja, aber du. Warum ist er ein Affe? Weiß er nicht. Wo ist der? Weiß er nicht. Wapapam, 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 wapapam. Wie bist du denn jetzt schon wieder? Tja, Alter, mal wüsstest. Ist du schon wieder im Pool? Nein. Ich bin nicht im Pool. Wie kommst du denn da drauf? Oh shit, da ist sie. Ja, 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 stirb, stirb. Ja. Nein. Es war so knapp und du hast es nicht geschafft. Also das verdiene ich den Pool, ey. Vor allem jetzt, wo man da voll leicht hinwenden kann. Ja. Das ist ja echt eine Kamera. Hallo. Boah, geh weg. Komm mit, mein Kind. Ich zeige dir einen ganz besonderen Ort. Nee, ich will nicht in den Pool. Geh weg. Ich zeige dir einen ganz tollen Ort. Manchmal kann ich dich nicht grabben. Wie jetzt zum Beispiel. Komm mal mit. Alter, geh weg. Ich will nicht in den Pool. Komm mal mit. Mein Kind, komm mal mit mir mit. Wir gehen jetzt eine Runde schwimmen. Ja, das gehen wir machen, ne? Ja, das ist doch schön. Scheiße. Komm her, Alter. Mein Kind. Hör auf, mich zu töten, Mann. Ich würde dich doch niemals töten. Wenn ich dich mal grabbekommen würde. Mann, komm, lass das. Schnell, 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 schnell. Rein da, geh doch rein. Ah, ja. Und jetzt? Wo komm ich hier wieder raus? Was machst du jetzt? Wo ist denn der Ausgang? Wollte nicht. Wie du mich einfach freiwillig umgebracht hast. Gut, ne?